Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Robocop Rock City. Wir machen uns jetzt auf den Weg zu Wendel und holen uns ein Geständnis. Zumindest heißt die Quest so. Ich weiß nicht. Wir haben auch noch die Waffe draußen. Warum? Müssen wir noch mehr schießen? Wie die Waffe gerade so hoch ging. Da schießen wir Wendel jetzt. Haben wir jetzt einen Arena-Kampf? Oh no. Nicht Arena. Ich habe ja schon gesagt, das sieht aus wie eine Arena. Ich glaube, es ist eine Arena. Nein! Vielleicht mache ich mir auch einfach zu viel Sorgen. Aber es sieht trotzdem aus wie eine Arena. Das erinnert mich so an diesen Kampf gegen diese Roboter. Oh, das war anstrengend, sage ich euch. Fünf Wellen, oder was das waren? Ja, glaube ich. Können wir bitte die Waffe wegpacken? Ich würde mich dann doch ein bisschen wohler fühlen. Ach so. Also nee, warte mal. Das ist ja jetzt wohl nicht Ende des Spiels. Warte mal ab. Oh. Wir müssen noch Zeug suchen. Oh, oh, oh. Dabei habe ich doch... War ich nicht überall? Gut, dass wir nochmal geguckt haben. Oh, warum ruckelt das gerade? Ich nutze jetzt mal hier und da meine Robo-Sicht. In der Hoffnung, dass mir da noch so ein paar Beweise angezeigt werden. Da müssen wir hin. Ups. Also gehen wir jetzt das hier alles nochmal ab. Weil woanders konnte ich ja jetzt nicht mehr suchen. Muss man auch mal so sagen. Was nicht ist, kann ich nicht finden. Gut. Und da sind wir gekommen. Hier war auch nichts mehr. Jetzt alle Zellen durchsuchen. In der waren wir schon. Hier kommen wir ja überall nicht rein. Hier ist noch eine Zelle. Da ist nix. Da ist zu. Hier ist offen. Das zu, da ist zu. Hier drin hatte ich ja, glaube ich, was mitgenommen. Hier lag irgendwas auf dem Tisch. Oh, das wird jetzt eine ganz schöne Sucherei. Da müssen wir jetzt durch. Aber hier ist alles zu, 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 zu. Kann ja eigentlich nix sein. Da kommen wir eh nicht ran. Dann haben wir da drüben. Tag. Robo-Pier. Zu, 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 zu. Dort auf dem Mittelding war ich noch nicht, aber sieht es nicht so aus, als würde da was liegen. Hier brennt es. Das ist auch nix. Äh. Äh. Ich will halt ungern. Ich will halt gern alles, alles mitnehmen und alles sammeln. Ich will eine gute Bewertung, weil ich jetzt nicht, immer noch nicht weiß, ob das irgendwie Einfluss haben wird. Von da drin komme ich da hoch? auf, auf, auf das Spielende oder irgendwie. Na eben, hier geht's noch hoch. Das ist halt so der Grund, warum ich das hier alles mitnehme. Ah. Hier ist tatsächlich nix, da hab ich mir schon gedacht. So, hier hinten waren wir und haben eigentlich aufgeräumt, hätte ich gedacht. die Waffen sind ja kein, kein Beweismaterial. Die Waffen sind ja kein, kein Beweismaterial. Die Waffen sind ja kein, kein Beweismaterial. Und hier hinten sind wir ja gekommen. Entschuldigung, ähm. Ich hab ja erwähnt, ne, mit meinem Hals ist es immer noch nicht 100, oh. Immer noch nicht 100%. Aber das waren jetzt nur 25. Es fehlen noch vier Beweise. Am Ende sind's nur 25 Erfahrungspunkte, aber... Äh. Ist halt nirgendwo war's. Dort kommen wir nicht rein. Hier waren wir grad. Monitore kann ich ja halt nur werfen. Das ist ja jetzt nicht das Ziel. Okay, jetzt haben wir den Flügel, haben wir abgearbeitet. Immer noch hier hinter. Ich hab grad noch gesagt, wir gehen jetzt zu Wendel. Und, äh, wir tun's trotzdem nicht. Tut mir leid. Äh. Aber es muss. Ich, ich muss aufräumen. Hier haben wir auf jeden Fall Zeug gefunden gehabt. Hier ist auch nicht noch mehr. Hier lag irgendwie Geld oder so. Ich wette mit euch. Hier hinten hatten wir Drogen gefunden. Ich wette mit euch. Ich guck mir die Folge dann selber auf YouTube an und denk mir, da bist du vorbeigelaufen und da bist du vorbeigelaufen. Hier bist du vorbei. Das hast du übersehen. Oh, das hab ich übersehen. Jetzt sind's nur noch drei Dinge. Am Ende hab ich ganz am Anfang schon was übersehen. Da komm ich jetzt gar nicht mehr hin. oder ich komm noch dahin. Vielleicht kann ich das jetzt hier noch gar nicht abschließen. Und ich such mich jetzt hier dumm und lustig. So, da sind wir wieder hier. Da hab ich den einen Typ hier erschossen. Wo jetzt sie ist. Da steh ich zwar nicht ganz, aber okay. War die erst schon da? Ich geh nochmal fix hier hoch. Und dann gehen wir zu Wendel. Wenn ich jetzt hier die zwei Sachen nicht mehr finde, dann ist es so. Oh. Da ist noch was. Hä? Ich dachte, mir fehlten nur noch zwei. Aber jetzt fehlen wir noch zwei Sachen. Warum ist dort noch zu? Oh. Ich war einfach unaufmerksam. Okay. Ich frage mich trotzdem, warum hier zu ist. Da war ich doch. Naja. Okay. Wo geh ich am besten lang? Hier vorne raus. So, sorry für die Suche. Schnitzeljagd und so. Jetzt aber. Gut, dass sich das Feuer hier nicht ausbreitet. Feuerwerk kommt auch nicht. Anscheinend. So, jetzt bin ich ready. Ja. Oh Gott, wirst du mich rollen? Sag's doch. Echt jetzt? Es gibt Leute, die sind von außen eingedrungen. Mit Waffen. Ich wollte gerade sagen, ich fühlte mich etwas erarscht, als er sagte, hier, guck's dir an, geh weiter und dann geht die Tür nicht auf. Was ist denn da los? Kommt hier so ein Roboter rein? Ah, okay, die nächsten Gegner. Ich hab aber keine Waffe. Ich hab' aber keine Waffe. Oh, ich hasse dieses Visier. Ich will die Waffe nicht. Sorry, aber ich bleib' hier. Dabei. Da drüben ist noch einer. Ich hab' mich grad gefreut, dass wir die Waffe weggepackt haben. Gibt's hier noch mehr? Ja. Ja, hab' dich erschossen. Das Bein von ihm. Ja, ist ja gut. Muss ich jetzt hier noch mehr sammeln? Nee. Aber seht ihr, ich hätte hier noch sammeln können. Oh, muss ich hier lang? Geh' ich jetzt direkt den richtigen Weg wieder? Wer sind Gegner? Ich kann den nicht erschießen. Ja, ich kann den Weg gehen. Ja, gut, das werde ich jetzt merken, ob das ein Fehler war. Drop it! Hey. Wo seid ihr? Oh, ach, ja. Oh. Ja, gut, aber er ist jetzt auch tot. Seht ihr? Und ich musste nicht meinen guten Ruf schmutzen. Wer ist hinter der Tür und nicht hinterm Karton? Wer ist da hinter Glas? Dann kriege ich ihn natürlich nicht. Äh, ach, ein Prozent brauche ich jetzt nicht heilen. Muss ich nach oben? Oh, hier könnte ich mich auch heilen. Eine neue Platine. Wir haben schon lange nicht mehr... Warte mal. Hier oben muss ich nicht hin, anscheinend, weil hier ist jetzt kein Questmarker. Oh, da muss ich doch hier hin. Ich will... Ich will... Oh. Warte. Hier kann ich noch lang. Ich bin ein bisschen erschrocken. Habt ihr vielleicht gemerkt? Nicht damit gerechnet. Ich muss tatsächlich nach oben. Ähm... Das ist jetzt hier schon wieder ein anderer Zellen-Fakt. Und dass wir hier jetzt nochmal geguckt haben... muss nämlich hoch. Gut. Hier geht's gar nicht weiter. Hä, 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 hä. Kurz nochmal den Hals klären. Notiz zum Schichtbeginn. Posten 6 bis 14 Uhr. Postenartikel erhalten. Funkgerät. Taschenlampe. Schnellziehholster. Taschenlampe hat aber keine Batterien. Besondere Anweisungen. Behalte den neuen Häftling im Auge. Wendell Antonowski. Ich weiß nicht, warum der Typ überhaupt hier gelandet ist. Er scheint ein harter Bursche zu sein und sollte nicht in einem Gefängnis wie unserem sitzen. Um auf Nummer sicher zu gehen, wenn er ein Mätzchen macht, kann er in Einzelhaft gesteckt werden. Ich muss doch nicht hier hoch. Ah... Also hier war ich schon. Ich schwöre, wenn ich irgendwo in einer anderen Stadt unterwegs bin, kenne ich mich besser aus. Da habe ich nicht solche Wegfindungsstörungen wie hier. Hinten war ich schon, oder? Ach, ich weiß nicht. Okay. So, jetzt. Hier ist niemand drin. Werden wir jetzt eingesperrt? Ist ja nicht so, als wären dort Waffen, ne? Ich sehe halt jetzt hier nichts. Oh, das sind ja richtige Monster. So, jetzt. Ah. Kann ich euch kiten? So. 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 Ich hätte noch ein bisschen mehr auf Panzerung skillen sollen. Also Schaden durch Panzerung hindurch. Würde ich sagen. Ich habe keine Gegner. Lauf schneller. Jetzt nur die Hand. Ich werde mich irgendwo verstecken. Wir sind noch mehr um die Ecke. Warum bin ich jetzt hier nach links geglitscht? Die Anspannung. Ich möchte jetzt auch nicht so einen Typ hinter mir haben. Die machen nämlich Schaden und stecken ziemlich viel ein. Hier, davon da kommen welche. Beziehungsweise sind da welche. Was steckt jetzt hier eigentlich in der Wand? Was ist denn Haken? Okay. Sag's euch! Das Geräusch war cool. Ich finde es gut, dass die das immer noch mal kurz erwähnen. Dass ich sie erschossen habe. Oder getroffen habe. Das finde ich gut. Es gibt mir auch Bestätigung. Bestätigung ist wichtig. Ich mag diese Waffe nicht mit diesem Riesenvisier euch fürs Zielen ja länger als... Junge! Was ist hinter Glas? Was ist hinter Glas? Träffe ich nicht. Ich sweare! Ich habe nicht hinschissen auf Soot! Ich meine, ich meine, einfach zu denken! Ich würde ihn in Dschabat! Wenn ich es tun hätte! Ich lasse mich, bitte. Ich werde nicht so viel Druck machen. Ich kann das so viel Stress nicht anhalten. Ich kann das so viel Stress nicht anhalten. Und ich... Beschwerde des Häftlings. Ich verlange, von den obligatorischen Bug-Kursen freigestellt zu werden. Sie wirken nicht entspannt auf mich, sie machen mich wütend. Ich bin ein richtiger Verbrecher, ein echter Mörder und die Leute aus dem Ghetto lachen schon über mich, weil ich in diesem Kindergarten gelandet bin, den ihr Gefängnis nennt. Wenn sie von den Bug-Kursen hören, ist mein Ruf ruiniert. Jimmy, die Bulldogger, Luke. Oh, damn. Ich glaube, der hatte Dankenprobleme, aber das Spielhallenbesitzer, hey, der ist ja jetzt hoffentlich auf unserer Seite. Die Musik schon wieder. Aber ich mache jetzt hier an der Stelle den Cut für diese Folge. Wir sehen uns sehr gern morgen wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin gespannt, was nächste Folge passiert. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Danke fürs Dasein und dann bis morgen. Macht's gut. Tschüss.